und Autograf, Auto Transfer, Auto Capacity, Auto Numors, Activator, Fiery Pick, Auto Chisel, Auto Manium Upgrade und Auto Manium Upgrade. Kein Autofiller mit drin. Dann ist der Autofiller Mod nicht aninstalliert. Fächer? Ja, weil der heißt Autofood. What Feeds the Beast? Also ich weiß ja nicht aus welchem Ding genau der Autofiller mit rauskommt. Ob der zu Industrialkraft gehört oder sonstiges. Ja, Agraries Guys. Okay, ich schau mal nach ob der mit drin ist. Ich finde es so gut, dass ihr das Kommentieren abnimmt. Dafür sind wir da. Auf dem Max-Servan-Screen. Nö, scheint nicht mehr drin zu sein. Schade. Nö. Ähm. Nö, das finde ich echt gut. Da muss ich finde es bei diesen Graben nicht so viel kommentieren. Das ist gerade, naja. Fällt mir nicht so leicht. Scheiße. Was? Fuck it. Oh. Bin ich gesehen. Nein. Klein, du musst was ganz wichtiges für mich tun. Äh, was denn? Geh zu meinem Haus. Weil du mein Name bist. Ich bin noch schnell gegangen. Das hier schnell fertig abbauen und dann einrollen und dann komm ich gleich. Ja, wo bist du denn? Ich habe mich in eine Müs-Craft-Welt geportet. Ohne dabei mir einen Rückwegspunkt zu machen. Das heißt, ich komme gerade nicht ohne Claim zurück. Oh. Ja, ob ich das finden werde, den Kram? Es ist egal. Ich erkläre dir alles, wo was steht. Ich bin noch schnell einer rum, dann komm ich gleich. Es ist alles fertig gecraftet. Ich habe es bloß vergessen mitzunehmen. Und der ist alles da rein. Ich habe keine Lust hier nach dem Ausgang gerade zu suchen. Äh, ist der Eingang immer noch dasselbe, wie ich denn meinen Waypoint gesetzt habe? Bestimmt, ne? Ja. Ich baue dich einfach irgendwie rein. Ist mir egal. Ich muss erstmal hinlaufen. Und auf acht, dass ich nicht sterbe. Ich muss noch was essen. Es ist egal, ob ich fliegen kann oder nicht. Ich bin in einer komplett anderen Welt. Nicht, meine ich hier, äh, schnell. Achso, nein, der kann nicht fliegen. Der muss laufen. Achso. Komm mir jetzt einfach mal nebenbei Claims streamen auf. Dann sehe ich, was er so tut. So, Bett noch schnell aufgestellt. Äh. Ja, ich will only sleep in night. Ich weiß es auch. Ich wollte gar nicht schlafen. Mann. Und dann schnell noch was gegessen. Bett aufgestellt und jetzt bin ich auch im Weg. Bup, bup, bup. Jetzt schalte ich mal auf die Mobs. Und jetzt sehe sie ja sowieso auf der Karte. Daher. Was sind eigentlich diese Blumen, die überall wachsen? Äh, das ist, das ist bei... Potenia. Ja, das ist das, was Drache momentan macht, was ich dir vorhin gezeigt habe. Habt ihr hier irgendwo, äh, habt ihr hier irgendwo einen Eingang? Nein. Ihr seid sehr intelligent, wisst ihr das eigentlich? Wir können fliegen. Ja, und, und Besucher, was machen die, die nicht fliegen können? Benutz deine Leitern. Und baue dich da an meinem Haus hoch, wo ich dich auch vorhin reingebaut habe. Kletter da hoch und kletter wieder rein. So. Jetzt haben wir jetzt unseren Eingang für die Leute. So, ich bin jetzt drin. Okay, ähm, guck mal bitte ins ME-System. Oh Gott, wo war das jetzt nochmal? Äh, hier drüben. Das ist das Ding, was lila leuchtet. Genau. Ja, hier. Einmal rechts drauf. Das ME-Control-Crafting-Terminal. Äh, wo waren das... Ja, ME-Crafting-Terminal. Crafting-Terminal warst okay. Und dann machst du einen Rechts-Tick drauf. Hab ich. Da gibts jetzt einfach nur mal L-I-N-K ein. L-I-N-K. Link. Da dürfen jetzt zwei Bücher sein, richtig? Link. Ja. Bei meinen und die Silber-ID. Die nimmst du beide raus. Achso, das ist ein... Äh, nein, ich will nichts von nun. So. Mal sortieren. Gott, hab ich. So, dann suchst du jetzt einmal nach Book. Und dann dürfte noch so ein Bücherständer drin sein. Achso, in dem Ding. Ich bin ja schön da draußen. Book. Ich hab nur ein Buch. Doch. Na gut, dann ist egal. Dann komm raus. Dann fährst du jetzt einmal mit dem Fahrstuhl nach oben, meine ich. Soll ich die Bücher wieder reintun, oder? Nein, die Bücher brauchen wir. Ja. Die sind zwingend notwendig. Ja, ist gut. So mit dem Fahrstuhl wollen, der Fahrstuhl ist nochmal. In der Mitte des Raums. Achso, da ist er ja doch. So, oben. Du gehst dich jetzt ein bisschen rum und dort irgendwo dürfte so ein Bücherständer sein. Ja. Wie wir uns auch zum Kraft und so weiter geportet haben. Ja. In die Dimension gehst du einmal rein. Danke, jetzt gib mir die Bücher. Ja. Also eins davon. Warte. Du machst ja auch Sachen. Was sind wir jetzt eigentlich? Hier hol dir doch das. Moment. Ich hab grad aus einem Buch kaputt gemacht. Das ist ein Zombie. Wenn ich das wegwerfe, dann wird das automatisch in mir aufgestellt, glaub ich. Setzen bitte auf. Hier durch. Wie du? Hier durch. Rechtsklick drauf. Und dann... Ah. Achso, okay. Ah. Ach, das ist automatisch ein Overworld-Buch. Okay, ich verstehe. Ja. Nein, das ist nicht automatisch ein Overworld-Buch. Aber du hast es gemacht. Okay, du hast es gemacht. Ich verstehe. Bitte schön. Das ist gerade meine letzte Rettung. So. Und was... Was hast du jetzt da gemacht? Wo? Ähm... Ein Controller für dich rausgesucht. Cool. Achso. Hast du gesagt, du bist in Nintendo-Kid gewesen? Ja. Geh mal das Bild an. Wo hab ich denn die Leute denn das dann gemacht? Bin blöd, wie bin ich hier reingekommen? Hä? Hä? Wo hab ich denn meine Leiterung mal gemacht? Bin ich gerade blöd? Ach, weißt du was? Dann machen wir einfach hier der Leiter dran. Guck, guck. Sehr erst. So. So. Jetzt haben wir auch... Ach hier. So, jetzt haben wir auch einen Eingang... Eingang für Leute, die nicht fliegen können. Eingang für Leute. Ja? Was denn? Ähm... Nee, Frau Rinsch. Wie viel denn das? Warte. So. 27 Euro. Ach, der geht ja. Der wär eigentlich perfekt für meine Retro-Spieler. Kannst du kaufen? Ich hab den gerade gepostet. Ich weiß nicht, ich muss ihn mal anschreiben. Vielleicht kriegt man da irgendwie noch Rabatt. Okay. Mach ich. Der ist mega cool. Den will ich haben. Der wäre der ideale Controller für alle NES, äh... NES, SNES-Games. Zeig mal. Vielleicht. Möchtet ihr auch mal sehen? Wir sehen, wir sehen, wir sehen. Ja, warte. Du musst bei mir einen Fett gucken. Ach ja, genau. Bin ich auch blöd. So. Ich wusste nicht, wie das denn offen heißt. Ein NES-Controller. Für, 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 äh, für... PC. Ja, aber für SNES kannst du den nicht nutzen, wenn der keine, äh, Schultertasten. Der hat A, B, Y und X. Warum? Der hat aber keine Schultertasten. Doch. Echt? Sind unten dran. Sieht zumindest auch noch aus. Wollte mal mal lesen. Äh... Ist dem des Nintendo Entertainment Systems aus den 1980er Jahren, bla, nachempfunden. Funktioniert mit zahlenreichem Emulator. Ja. Warte. Ich möchte kurz erwähnen. Ist danach nachempfunden. Wäre es aber eine 1 zu 1 Umsetzung, hätte er ja bloß zwei Tasten auf der rechten Seite. Äh, ich seh's. Ich seh's. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Sorry. Ich hab's nicht gesehen, dass du irgendwann die, die von den viereckigen Formen, die die Hände wehtun. Weil der nicht so ergonomisch ist. Finde ich. Die Leute noch gerne. So, ich reiß jetzt erstmal die Leitern wieder ab. Ey! Ich hab' gesagt, das war ein vernünftigen Eingang. Okay, na gut. Ja, das war es halt bei Alice mäßig nur. Ich wollte halt nicht irgendwas abreißen von euch. 23 Stunden, ich guck mal was denn... Hab' ich noch Sprucewood? Ja, Amazon kostet... Das war wahrscheinlich... Ja, ich bin vergiftet, na super. Ja, aber Amazon kostet... Ach, das war nicht viel. Nee, also das ist jetzt hier Amiland. Amiland. Auch nicht schlicht Amiland. Oh Gott, die muss ich auch noch entfernen, die NES-Lieder. Das kommt mal eben kurz alles weg. Das ist nämlich keine gute Eta, das reinzunehmen. Was? Die NES-Lieder, die ähm, das sind äh... Ähm... Keine... Also das sind geblübte NES-Lieder, das sind halt von Chip-Amp. 38 Euro bei Amazon. So. Das sind äh, welche, die du halt von Sound-Dateien... Ach, nee, erklär ich das. Einfach, das ist dann jetzt wirklich das, was der NES-Sound hat. Und das ist ein extra Plugin. Das gibt das aber alles wieder und äh, nicht nur eins. Weil zufällig. Okay. Das sind äh, .nsf-Dateien, heißen die. Mit Händels-Sound-File. Oh. 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 Oh, fast ein Eingang-Claim. Hm? Fast 43... Fast ein Eingang-Belege, wenn du mal herkommst. Da muss ich ja schon wieder hinlaufen jetzt. Fast 41% Belege? Ja, fast jetzt. Ich glaub, der ist nochmal hin, erstmal. Ich schließe das mal runter. Die. Okay. Also bei Android, äh, bei Amazon kostet 38 Euro. So. Ja, geht aber auch noch, find ich. So. Für so eine Spezialanfertigung, sag ich mal. Hab ich jetzt eigentlich mit mehr gerechnet. Das coole ist, er funktioniert sogar mit Android. Sag mal, Shetty kann man nicht zufälligerweise auch für normale IRC benutzen, oder? Und nur für Twitch wahrscheinlich? Nur für Twitch. Okay. Dafür sollst du den Hex-Chat runterladen. Richtig. Hm? Damit hab ich vorher gearbeitet, bevor ich Shetty kannte. Hex-Chat ist super. Naja, ich hab ja momentan keine IRC-Scheißräume, die ich besuche. Ich auch nicht. Du wirst noch nicht wofür. Dass man das nicht liest, sonst spielt der jetzt nicht das in Oster ab, ey. Das ist ne kleine gute Idee. Nicht doof. Ich glaub, ich hab meine Axt bei dir gelassen, Clay. Du bist echt. Warte mal. Ich komm mal nach. Ich bin schon unterwegs. Da sind wir zuerst da. Ein Rennen gegen die Zeit. Ich lache, wenn ich als Erster da bin. Scheiß Leiter. Ich bin da. Ich bin da bis erst an der Dresde. Ich glaub nicht, dass... Hast du die echt vergessen? Äh... Ich glaub, wo sie ist. Ich bekomme meine Kisten sortiert. Also sortier sie gerade mal. Die waren schon sortiert. Zeig nicht. Ähm... Was war das? Alter. Mach ich mal. Ich hab mich grad ein bisschen an Crazy Dave aus Plants vs. Zombies erinnert. Warum? Vom Geräusch her. Das war ein Schnaum für ein Pferd. Das... Brrrrf. Nein, nie geil. Nein, danach kann's nicht. Ich kann kein Pferd mehr Schnaum. Mann. Ich kann nur gravieren. Ich kann nicht wieder. Ach moin, Ark Angels. Willkommen in den Stream. Das haben wir übrigens einmal Reptilien EP und einmal Dark Clones im Chat. Echt? Ja. Ah, ich beschreib dir gleich noch ein paar Reviews mehr. 1, 2, 3, 4. Bin ich kaum Minecraft, kommen sie alle an, ne? 1, 2, 1. Geh mal, bin mal kurz einkaufen, das ist viel mal gelaufen. Na dann, bis später, ne? 2, 3, 3, 4, 4. Ja, Minecraft lockt viele Zuschauer an, so. Wenn du das jeden Tag machst, oder? Ja, es ist nicht... Du hast vielleicht so ein Stream-Ute-Zahlen. Es ist nicht mein Hauptspiel, sag ich mal. Ich mach's halt nur erst mal wegen dem Stream-Wil. Vor allem, wenn du so diese Mini-Games spielst. Ja. Und damit kannst du mir überhaupt nicht von irgendwie... Ja. 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 Ja.